Welches war jetzt meins? Auf uns! Ohne dich wären Silvester-Shows nur halb so schön, mein Schatz. Oh, du bist so lieb zu mir. Und normalerweise würdest du mich auch... Natürlich danke ich nicht nur dir, sondern auch allen unseren Gästen, die heute hier waren und Ihnen zu Hause. Noch einen raketenmäßigen Dank nach Hause. Ja, unbedingt. Wir wünschen Ihnen... Ach, das ist noch eine Salzstange.